So viel Socken gibt's gar nicht zum Stoppen! Annie, bist du eine Zicke? Ja! Ah! Ah! Uiuiuiuiui! Du hast gelogen! Ich hab nicht gelogen, ich bin eine richtige Zicke! Wurdest du schon mal aus einem Club oder einer Bar geschminken? Ja, tatsächlich beim Mannschaftsabend! Mit Merle Bar zusammen! Ah! Ah! Richtig! Ich bin nicht auf keine Zicke! Okay, wie hat dir das Training heute gefallen? Das Haar war superschön! Lange nicht mehr so viel Spaß gehabt! Ja! Ja! Das war's wirklich schön! Mhm! Okay, schaust du ins Taschentuch nachdem du dir die Nase geputzt hast? Ah! Das war's immer ne Frage! Ja, tu ich! Wer tut das denn nicht? Hm, jetzt komm, gib der mal nen Stromklack! Ja! Ja, jetzt kann ich sein! Es ist wirklich, es entspricht einem ehrlicher Mensch! Okay, Ebi! Was denkst du über mich? Was denkst du über mich? Dass du meine beste Freundin bist! Ein ganz toller Mensch! Großes Herz! Okay! Wow! Okay! Hast du mal dein Bär ausgestopft? Nee, noch nicht! Also, ich glaub, es macht auch nicht viel Unterschied! Da gibt's so viel Socken gibt's gar nicht zum Stoppen! Okay! Ist irgendwas aus deinem Hotel zufällig in deinem Koffer verschont? Bademantel, Handtuch oder Seife? Nee, noch nicht! Aber wenn noch Platz ist, kann doch jemand noch was rein! Nein! Achso, erst schreibe! Bist du faul, Ebi? Kommt drauf an, aber... Eher faul als unfaul, ja! Richtig! Wann hast du das letzte Mal geduscht? Hm, heute Mittag! Heute Vormittag! Wie viel Uhr? Weiß ich nicht! Okay, jetzt werde ich böse! Okay, letzte Frage! Warst du früher mal in einem Lehrer verknallt? Oh Gott! Früher, vor zwei Jahren! Kein Kommentar! Nee, kein Kommentar! Ja oder nein? Ja... Verlobt! Ja, das war die letzte Frage! Oh, cool!